Hallo liebe Freunde der symphonischen Blasmusik und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Musiktheorie und es geht heute relativ spontan über Dynamik, weil wir hatten gerade Chorprobe mit Beethoven C-Moll C-Dur-Messe und da ist Dynamik sehr sehr wichtig und deswegen habe ich mir gedacht, komm, dann mache ich doch gleich noch ein Video dazu Ich habe schon mal eins gemacht, aber ich habe mir gedacht, ich will die ja alle eh so ein bisschen neu und deswegen, pada, hier stehe ich nun Also, Dynamik, was meine ich damit, dieses F und P und Crescendo und Zeug, ich erkläre es nacheinander Kurz vorher zur Geschichte, Dynamik ist, und die, die meine Musikgeschichte-Videos gesehen haben, wissen das Eine Sache, die erst etwas später so zur Musik reinkam 1597 ist die erste Erwähnung, das ist zumindest das, was das Internet gesagt hat So auf die Spitze getrieben würde auch ich sagen, hat das Beethoven Also zu sagen, mit Beethoven und zur Zeit in Beethoven ging es los, dass Dynamik sich in die Musik reinsetzte und ein wichtiges Stilmittel wurde Ich glaube, mit der Aussage fährt man ganz gut und das ist auch die Aussage, an die ich mich halte Genug Geschichte, ich will euch erklären, worum es, was, was das, was, was bedeutet und auf was man achten sollte Erstmal ganz wichtig ist, wenn wir jetzt von klassischer Musik reden und ich denke, wenn wir von Notation reden, sind wir irgendwo bei der klassischen Musik Das, was der Mann da vorne mit seinem Stock unter seinen Fingern rumfuchtelnd sagt, das gilt Allerdings sagt ja der Komponist mit seinen Dynamikangaben, was er möchte Und ich würde sagen, in 95% aller Fälle hält sich da der Dirigent auch dran Die Nuancen obliegen dann aber nachher wirklich dem Dirigenten Also ob jetzt ein Forte immer genau gleich laut ist, da muss man einfach schauen Es ist aber mal ein Anhaltspunkt, ein Punkt, an dem ich mich festhalten kann Ich will das mal kurz einfach durchrattern, wer es nicht weiß F steht für Forte und heißt laut Ein F, Forte, laut Steht da ein P, heißt das nicht Power, sondern Piano Und heißt leise Das ist aber nicht extrem laut und auch nicht extrem leise Ich habe mir übrigens lange überlegt, ob ich irgendwelche Beispiele reinmache Aber es macht keinen Sinn, weil ich brauche ja ein Verhältnis da dazu Wenn ich jetzt im Chor Piano singe, singe ich anders Als wenn ich Solo-Piano singe, spiele ich anders auch am Klavier Je nach Musikrichtung und sowas Deswegen machen Beispiele hier, wie ich finde, eigentlich keinen Sinn So, also Forte, laut, Piano, leise In der Mitte steht eigentlich Mezzo Forte Es gibt aber auch Mezzo Piano Und die teilen sich das so ein bisschen Wir haben nicht genau die Mitte Sondern Mezzo Forte ist ein bisschen lauter Mezzo Piano ist ein bisschen leiser Beides so irgendwo um die Mitte rum Aber tendenziell eher lauter, tendenziell eher leiser So, hatte ich das gerade gezeigt Genau, hier ist laut, da ist leise So Es geht aber noch mehr Und gerade wenn wir zu moderner Musik kommen Stockhausen, Schieß mich tot Da wird mit Dynamiken, mit extremen Dynamiken um sich geworfen Und was ich dann mache, ist einfach Zwei F's schreiben für Fortissimo Oder zwei P's für Pianissimo Pianissimo ist schon echt scheiße leise Und Fortissimo ist schon echt saulaut Also wenn ich das jetzt Sorry, ich habe gerade, glaube ich, 5 Stunden Chor 4 Stunden Chor hinter mir Pianissimo ist so gerade an der Schwelle Dass bei mir ein Ton rauskommt Fortissimo ist knapp an der Schwelle Dass ich noch nicht schrei Es gibt noch Forte Fortissimo, 3 F's Oder Piano Pianissimo, 3 P's Das gibt es auch noch Aber auch das wieder im Verhältnis sehen Habe ich Ist das lauteste in meinem ganzen Stück Forte Fortissimo Äh, Entschuldigung Ist das lauteste in meinem Stück Fortissimo Dann kann ich da schon richtig ordentlich Gas geben Ist das leiseste Pianissimo Muss ich da Ganz leise So Wenn da aber noch an irgendeiner Stelle Forte Fortissimo steht Brauche ich noch irgendwie Da muss ich ja noch einen draufsetzen Also halte ich vielleicht alles ein bisschen Bisschen, äh Bisschen niedriger Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine Alles ein bisschen relativ Ähm Also ich würde sagen Forte ist nie geschrien Also wenn jetzt in einem Stück nur Forte steht Dann das bitte nie schreien Oder nie voll in die Tasten hauen Das ist einfach nur ein ordentlich sattes Laut Piano ist auch einfach nur ein leise Pianissimo Oder Piano Pianissimo Das ist dann die Frage Forte Fortissimo Oder Fortissimo nur Ist die andere Frage So Jetzt habe ich euch sau verwirrt Ne Nochmal kurz zusammengefasst Forte laut Piano leise Die Mitte teilen sich irgendwie Mezzo Forte und Mezzo Piano Und ganz am Rand Fortissimo Pianissimo Und darüber hinaus Forte Fortissimo Piano Pianissimo So Jetzt habe ich aber noch die Möglichkeit Von dem einen zum anderen zu kommen Von laut auf leise Von leise auf laut Und da gibt es drei Es gibt einmal lauter werden Das ist Crescendo Crescendo gibt es entweder Als dieses lange Ja ich hätte fast Pfeil gesagt Nein es ist kein Pfeil Ja dieser Pac-Man Der sich da öffnet Ist jetzt das Beste Was mir einfällt Ihr wisst was ich meine Ihr seht es ja auch im Bild Ähm Oder Ich schreibe Cres C-R-E-S Crescendo Wenn ich diesen Pac-Man habe Dann starte ich einfach An der Dynamik In der ich bin Und steigere das im Verlauf Über dieses ganze Symbol Bis zum nächsten Dynamikzeichen Und dann auch Bis zur Dynamik Dieses Zeichens Habe ich zum Beispiel Komme ich von Piano Und ich gehe bis Mezzo Forte Habe ich diesen ganzen Bereich Um von Piano Bis zum Mezzo Forte zu kommen Steht am Ende In Forte Muss ich natürlich mehr Gas geben Über die Zeit Weil ich muss ja lauter enden So Will ich leiser werden Heißt das ganze D-Crescendo Aber Obacht Es gibt D-Crescendo Das ist eben der Pac-Man Umgedreht Es gibt aber auch Diminuendo Da steht da nur D-I-M Crescendo und D-Crescendo Ist einfach Gleichmäßig lauter Oder gleichmäßig Leiser werden Diminuendo Ist Abnehmend leiser werden Also Immer noch Weniger Am Anfang nur so ein bisschen Und immer mehr leiser Und noch leiser Und noch leiser Und noch leiser Also Schneller leiser werden Diese Zümp Kurve Im Vergleich zu Wump Okay Ich hoffe ihr wisst Was ich meine Tatsächlich Ist der Pac-Man Mir fällt wirklich gerade Keine andere Beschreibung an Das ist D-Crescendo Und Ich habe jetzt bei der Vorbereitung Von dem Video Darüber nachgedacht Ausgeschrieben Kenne ich Fast Nur Crescendo Und Diminuendo Da steht Sehr selten Ich kann mich zumindest Fast nicht dran erinnern D-Cres Also D-Crescendo Abgekürzt Muss ich wirklich drüber nachdenken Wo ich das gelesen habe Interessante Sache Ist mir so auch noch nicht Vorher aufgefallen Achtet mal drauf Das heißt Laut werden Tun wir Eigentlich Gleichmäßig Nur gleichmäßig Und beim leiser werden Muss man kurz gucken Ist es D-Crescendo Werde ich einheitlich leiser Ist es D-Diminuendo Werde ich Abnehmend Leiser So Und dann als letztes Noch zwei Sachen Hinterhergeworfen Oder drei Sachen Es gibt noch so ein paar Sonderformen Das eine Ist Forte Piano Da steht dann F und P Direkt zusammen Das heißt Der erste ist laut Und dann ist sofort leise Wirklich BAM Leise Das ist Forte Piano Und dann gibt es noch Sforzato Das heißt Ich setze einen Akzent Auf den ersten Ton Und dann bin ich im Forte Also BAM 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 Oder Ich hoffe ihr wisst Was ich meine Ich denke ja Das eine ist ein Akzent Der dann aber oben bleibt Das ist Sforzato Und Forte Pianissimo Ist laut Leise So Und dieses Sforzato Könnte ich Also das mit dem Akzent Könnte ich theoretisch Auch ein bisschen anders schreiben Und das ist jetzt noch Die letzte Sache Auf die ich raus will Ich könnte einen Akzent Auf die Note schreiben Das ist dieses schöne Zeichen Was ihr gerade seht Das ist ein Akzent Das heißt Dieser Ton ist Noch mal Ein bisschen lauter Wie viel lauter Bitte den Dirigenten fragen Aber jetzt noch mal So ein bisschen lauter Das ist ein Akzent So Und das sind eigentlich Alle nennenswerten Dynamik Tschüss mit uns Tschüss mit uns Das ist schon mal Das ist schon mal Dienste Das ist schon mal